komm wir haben so ein bisschen wir haben sie so ein bisschen aufgeklärt cube haben wir so ein bisschen aufgeklärt wir machen eine gang auf ach so ok wir machen eine motherfucker gang auf und Mopak gehört uns der ganze Mopak ja das heftig das heftig bleibt so ja ja boah guck jetzt was dazu schreibt guck was dazu geschrieben hab voice crack ich hab so ein bild gemacht wir beide jungs sexy suchen zwei mittels für heute abend flassen wurden gekauft und grasse haben wir auch hast du heute abend keine zeit gehabt sonst würdest du auch das wer ruft mich an ja alles gut jetzt aber ein date später mit wem beim basket willst du mich jetzt auch einversichtig machen weil es nicht einversichtig ist aber wie trinken wir kein sex on the beats das date war gestern schon fix mit wem sag ich dir nicht mit eiko deshalb hast du dich so sick gemacht ich schau immer schick aus ja aber du hast es jetzt nochmal ganz frisk gemacht weißt du auf deine beine schick mir foto auf whatsapp siehst du motherfucker 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 was geht ab zu sieh alter wie geht's dir lass es mal um arm alter lass es mal um arm alter ach so lange her ne du riechst gut alter du riechst gut alter dankeschön kevin wie geht's dir mir geht's sehr gut wie geht's dir mir geht's auch gut deine freundin chloe wollte mir deine nummer eines geben die unsympathische sie wollte mir ich hab sie nur von der app gehabt ich hab gesagt ich frage sie erst bevor ich eine nummer weitergebe guck wie unsympathisch sie ist sie weiß nicht mal dass wir gute freunde sind ja gib mir noch eine ich steh drauf er kommt später dann wahrscheinlich zum kleidungslern zum kleidungslern komm gehen wir alle zusammen warte mal warte mal was hat die für kippe 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 kalk kippe kippe kuppe kippe 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 welche gruppe für diese gruppe da die spezielle ja 18 gruppe ja auch natürlich 116144 Ich bin grad unterwegs, ja. Hast du aufgeschrieben? 1, 1, 6, 1. 4, 4. Komm her, komm her. Ja, wie heißt der Typ? Äh, Serro. Keine Ahnung. Serro. Du willst in die Gruppe. Ich fühle mich fresh aus, ja? Okay. Tschüss. Waller sieht fresh aus. Warte gleich, mein Ernst. Ich weiß nicht, wie viele. Ah, Linda ist hier. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Lina hat sogar grad... Sehr stark. Junge, Junge, Junge. Ein Bubble-Ding, Alter. Sehr stark. Ich hab kein Äschchen in den Arsch, ja? Mach an dem Umfeld von 4 mit, oder? Komm, steck rein. Komisches Bauchgefühl, also bei mir. Das liegt nicht unbedingt an dir. Ach so. Es ist halt der ganze Stress, der von hinten kommt, weißt du. Okay. Und ich will die ganze Zeit ehrlich zu dir sein. Ich hab keine Lust irgendwie, dass du was herausfindest, oder irgendwie... Ja, dann sei doch mal ehrlich zu mir. Wir quatzen hier ein bisschen. Okay. Ja, dann schieß mal los. Wo soll ich anfangen? Es ist sehr, sehr schwer. Mhm. Bin heute so ein bisschen länger unterwegs, weißt du? Und als wir uns das erste Mal gehört haben, oder gesehen haben, als wir dieses Doppel-Date hatten. Ja. Ähm... Da hab ich dich eigentlich so ein Angelo. Oh mein Gott, was? Weil es sind viel, viel mehr Frauen, als du denkst. Oh mein Gott, was? Ja. Aha. Ähm... Viele denken, dass ich nicht der Typ Pro bin, oder sonst was. Aha. Aber mit Charakter kann man viel um Finger wickeln. Auf jeden Fall. Weißt du? Ja. Am Anfang denkt jeder, wer ist das denn? Wer ist das denn? Wer ist keiner aus Kreuzberg? Mhm. Aber sobald die mich kennenlernen, Aha. Dann strahlt es irgendwie eine Sympathie aus. Das gefällt ihnen irgendwie. Okay. Und äh... Es hat sich jetzt ein bisschen geholfen. Hat sich jetzt ein bisschen geholfen? Ja, genau. Aha. Und jetzt? Und jetzt, du weißt ja, es macht gerade einen Laden auf. Ja. Und ich gründe jetzt eine Familie mit meinen Jungs. Der ganze Stress kommt jetzt noch von hinten. Und dann, äh... Ja. Äh... Habe ich nicht so viel Zeit. Und wenn ich mal Zeit habe, dann bist du nicht da. Und dann renne ich direkt zu der Nächsten. Okay. Und äh... Ich will dir das nicht antun. Du bist eine Wunderbare. Und das ist zu zade, dass du irgendwie... Hm, ich verstehe schon. Machst du jetzt Schluss mit mir? Nein. Nein. Das war einfach von Anfang an so mein Fehler. Es wird lieber mit dir befreundet sein, anstatt irgendwie... Ich mag dich sehr. Ich mag dich ziemlich sehr. Und es ist zade, dass es so angefangen hat mit dir. Natürlich würdest du es auch genießen, wenn wir zusammenslafen. Aber es ist viel zu zade, dass wenn du irgendwas herausfindest, dass du dann anfängst zu wein. Kann ich verstehen. Wie siehst du es von deiner Seite? Sag ehrlich. Nee, doch. Nein, nein. Offen. Nee, super. Nein, nein, nein. Sag doch. Nein, nein, nein. Ja, was willst du denn jetzt von mir hören? Also... Warst du jetzt nicht die letzten Tage? Also... Ja, so viel haben wir uns ja jetzt nicht gesehen. Ja? Ja. Und wieso haben wir uns nicht so viel gesehen? Weiß nicht. Ich hab dir geschrieben, du hast nicht geantwortet. Wann hast du mir geschrieben? Versteh schon. Carla, ich mag dich sehr. Aber... Gib du mir doch mal ein Rat. Helf mir doch mal. Soll ich dir ein Rat geben? Du hast gerade Schluss gemacht, ja? Nein, ich hab... Helf mir doch mal. Ja, schon. Aber was soll ich dir denn helfen? Ja, dann mach dein Ding. Zieh durch. Ich steh dir ja auf gar keinen Fall im Weg. Und du wärst cool dann? Was heißt cool so? Ist jetzt scheiße gelaufen. Aber ist jetzt so. Ey, ich muss mich zusammenreißen. Ich hab grad die ganze Sache im Kopf. Nee doch, war toll. Das fällt mir selber nicht leicht. Nee, ist okay. Das meinst du ernst? Nee, ist okay. Es ist diesmal angesprochen. Und was dachtest du von mir? Was ist das für ein Dulli? Oder was dachtest du? Kevin, warum müssen wir jetzt da drüber reden? Einfach so? Nee. Denkst du, wir könnten eine Pause einlegen? Ich mach keine Pausen. Wieso nicht? Das ist Quatsch. Wieso? Entweder ganz oder gar nicht, sag ich dir ehrlich. Fühl ich nicht. Das war ein Quatsch mit dieser Pause und so. Nein. Es hat doch grad viel Stress. Ja, ich versteh das. Das wird uns vielleicht beide gut tun. Ja, dann ist jetzt Schluss. Und eines Tages können wir weiter gucken. Eines Tages können wir weiter gucken. Aha. Nach dem was wir gerade besprochen haben. Nach unserem Beziehungsort sagst du. Ist genau das passend. Es hätte ja geklappen können. Hm, hätte. Ja, doch, ja. Ein Versuch was wert. Ein Versuch was wert. Chloe, sobald wir den Laden haben. Du hast mich wieder Chloe genannt. Äh. Ich kann das nicht mehr. Kevin. An der Stelle will ich glaub ich auch einfach gehen. War schön, wirklich. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Ich komm dich mal im Laden besuchen. Und bist deine Antenne, ne? Wir sehen uns. Ich bring dich noch wohin du willst, ja? Alles gut. Alles gut. Doch, doch. Nee. Doch, komm mit. Nein. Sie hat doch grad wieder angerufen, Mann. Ja, dann geh dran. Aber die rufen mich die ganze Zeit zu nahm. Ja, dann geh. Machen wir einen kurzen Flugmus, ich hab das vergessen. Nee, ist doch in Ordnung. Es tut mir leid. Nee, muss nicht. War ja nichts. Carla. Kevin. Sobald ich den Laden hab. Und du immer noch keine Arbeit hast. Dann würdest du den Zapp anbieten, ja. Alles gut. Ich würd überall lieber arbeiten als da. Wieso jetzt so? Nee, muss jetzt nicht. Ich glaub wir gehen am besten. Ich glaube auch. Komm. Tschüss, Kevin. Komm, es war das noch. Auf gar keinen Fall. Komm, es war das noch. Nein. Komm doch jetzt. Zeig ein, Mann. Ich. Nein. Nein, ich krieg das jetzt nicht mehr hin, Kevin. Carla, zeig ein, Mann. Nein, ich kann das jetzt nicht mehr. Nein, ich muss jetzt nicht mehr. Carla, zeig ein. Ich will dich jetzt nicht alleine lassen, Alter. Nein. Ich bin allein. Ich muss jetzt gehen. Carla, Mann. Zeig ein, Alter. Kevin, ich kann das jetzt nicht mehr. Dann nimm du den Wagen. Ich lauf. Nein, alles gut. Nein, nein, nein. Nimm den Wagen, Alter. Nein. Nimm den Wagen, Alter. Nimm den Wagen. Nimm den Wagen sonst redest, Alter. Sonst redest. Ich renne. Nein, nein, das passt nicht, Alter. Nimm den Wagen. Jetzt... Nein, nimm du den Wagen. Jetzt laufen wir wieder gemeinsam, Alter. Ich find das nicht gut. Geh jetzt zu deinem Wagen. Jetzt laufen wir wieder gemeinsam. Geh zu deinem Wagen. Dann laufen wir als zweit, Alter. Das ist wie man zusagt und man läuft auf dem gleichen Weg, Alter. Nimm doch den Wagen jetzt, Alter. Jetzt nimm du den Wagen. Dann nehmen wir beide den Wagen. Auf gar keinen Fall. Steig doch einfach einmal. Ja, wenn das war schön und ich geh jetzt, ja? Kannst du das noch einmal umhauen? Ja. Ich werde das vermissen. Ich auch. Direkt gibt es mir so in die Brow-Faust oder wie? Jaja, klar. Okay. Tschüss. Mach's gut. Mach's gut.